Der muss sich runterbuddeln. Das passt. Oh Black! Schlagt euch! Wir bauen am besten eine Kampf-Arena. Okay. Ich schlag ihn die ganze Zeit in den Müll rein. Ja gehört auch hin. Boah ich halt mich ja noch ganz schwach da unten. Was denn da los? Ich bin jetzt hier mal gestorben. Oh Alter, das ist ein super geiler Schwert. Ja. Wo ist das her? Aber Lenny ist immer noch die Erste. Ja wenn man da auch in der Hölle mit den Pigments da ein bisschen kuschelt. Weil man zu doof dazu ist. Das ist immer ein bisschen am Kuscheln dran so. Ja ja. So. Jetzt hoffen wir mal das klappt gleich alles. Ich kann immer noch nicht fliegen. Heule doch. Was sind die billigsten... Was sind die billigsten RF Pipes? Alle. Aber eine Spitze war eigentlich die richtige. Speedstone. Okay. Alle nicht die richtigen. Kannst du mir mal ein Stack... Ist ein Stack teuer? Ich mein nicht. MME sind noch welche. Eine ist nicht teuer. Ist nicht teuer. 20 oder so. Brauchst du... Für den Stack brauchst du... 10 Glas... 20 Lied... Ungefähr. Kleck. Und... Aber das teuerste da... Also was am meisten draus ist ähm... Godstorm halt. Aber das ist nicht teuer. Haben wir genug. Ja was ist Zettus? Kann man das Zeug auch nehmen ohne dass man in die Zentrifuge reingetan hat? Nein. Nee nee. Oder? Achso. So. Die Zentrifuge müsste da aber auch noch stehen. Die Zentrifuge... In der Zentrifuge ist eigentlich eine drin. Ja die hab ich gerade benutzt. Ich kann immer noch nicht fliegen. Voll gut. Weil das eine falsche ist. Dann nimm mal die ähm... Ich hab grad auch noch welche aus der Kiste benutzt. Dennoch die falsche bestimmt. Ja. Die letzte in der Kiste eigentlich. Die rechten Seite. Die hatte ich erst reingefallen. Apropos mit den Spritzen. Ich hab euch doch gesagt. Lasst uns einfach so ein Ding aufbauen. Spritzen kosten 3 Eiter. Meile. Was fickt dich? Wie sieht Kotze oder sowas? Weil Spritzen was kosten. Was kosten dann Spritzen? 3 Eisen, eine Glasflasche. Und 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 äh hier. Und ein Smile. Ja wow. Sollten wir doch hinkriegen oder nicht? Ja wow. Pfeile sind nicht so schlimm. Du kriegst ja wieder hin. Aber irgendwie nicht. Du musst ein bisschen mehr dahin haben oder was? Ja. Ich hab ja gesagt. Zwei Kisten. Komporator dahinter schalten. Und sobald zu wenig da drin sind. Dass der Komporator oben zwei oder ein Pisten da drüber schiebt. Damit du die Kiste gar nicht öffnen kannst. Und dann musst du erst die Spritzen nachfüllen. Und dann öffnet sie erst der Pisten wieder. Man sollte das eigentlich eher so machen wenn man die Spritzen benutzt, dass man die gleich nachfüllt. Ja. Das wird aber hier nie passieren Centus. Ich mach das. Ja ich mach das auch. Mach das auch. Grafitbar? Oh nein. Ja wahrscheinlich mit nem Zeug was gar nicht richtig ist. Ja. Machst du das? Nimm wenigstens noch alle leer die da sind? Mit ihr? Also nicht. Ja die du da jetzt benutzt hast meine ich. Ich hab keinen Plan. Ja dann. Wenn du die benutzt hast. Ich hab die wieder voll gemacht. Ja dann ist das doch falsch. Weil du ja das Richtige gar nicht hast. Der macht die wieder leer. Oder macht die so wieder leer. Ja. Das passt doch dann nicht. Doch ich Silikon. Dann müsste Black oder ich die leer. Äh wieder voll machen. Ja. Weil du hast ja die ganze Zeit noch nicht fliegen drin und sowas. Dann passt das nach. Nö. Guck mal drauf ne. Muss ich wieder meine Gene geben. Ja. Gib mal deine Gene. Du musst wieder reinspritzen. Die sollte echt ne. Die muss ich mal ne ganze Kiste voll machen. Dann spieg mal deine Gene. spritzen haben wir noch mal einen juli haben wir das noch ich will so eine schaufel haben so ein wie heißt sie denn irgendwas mit ex ex kräuter genau ach komm scheiß doch ich habe schaufel ist nicht teuer wir haben noch genug ja auch level eben rausschmeißen zwei schwitz hier nein mein zimmer ist einfach so warm weil keine frische luft mehr reinkommt wieso weiß ich auch nicht einfach kein wind mehr hier vielleicht kein ventilator nein vielleicht normalerweise ist es hier kalt drin normalerweise ich mache einfach meine hose auf und habe ich einen ventilator so ein bisschen hat echt wie witzig ihr das schon wieder findet ne aber das schlemmige findet das auch witzig was denn was denn was denn wenn ich jetzt meine hose öffne und mein penis kreise wie im ventilator ja was ich sagen oh ihr seid so dumm ja alter ja das will der wachsen du ja genau ne aufgerechnet du ja ich bin gut ne du hast richtig tost richtig tost auf Brot ja töstchen auf Brot alles knirrisch du musst dir das noch vorstellen ich bin dein ventilator das würde ich es dazu trauen und der käm alter als un sozialen alter oh asii lasst du mal den armen centus in ruhe der kann auch nix dafür dass er da so klein nimmt hand ventilator? Sollst du mir in der Hand halten? Der ist auch schon so der kleinen Arzt, ne? Da sind wir auch, wir können doch gut. Dann drückst du mal schön auf die Balls, entweder dreht er schnell oder nicht. Einmal im Kreis drehen. Ab und zu brauchen wir eine neue Batterie, weil er hat nicht so viel Flüssigkeit verloren. Wir haben sonst schon richtig einen Schaden. Wir haben sonst schon richtig so einen Schaden, ich schwöre. Ja, ich schwöre Schaden, ey. Ja, wir haben sonst schon richtig einen Schaden, ey. Ich schwöre so einen Schaden, ey. Haben wir eine Schiesel? Ja, oben bei uns im Haus ist... Ich weiß nicht, ob wir Käse haben. Bei uns im Haus ist, ähm... Ja, ich habe eine Turtle gefunden. Cool. Essen? Bei uns im Haus ist in der ersten, also... Wenn du reinkommst, ist links an der Seite so ein Ding an der Wand. Achso. Da müsste da eins drin sein. Oh, nur noch ein bisschen Centos Quarz. Die macht sogar Damage, die Kacklinge. Cool, die Pipe ist ja nicht angezeigt. Dauert wieder. Äh, einzelne Eis. Boah, Mim� animalsам, Geili. Der echtes grande Stall. Der protect他的 Zerner teilweise. Hey, Minecraft ist planet von, cool, okay? Ganzes Hyonjo Ganzes Hyonjo Gansalsy Hyonjo Don simula Canzem dir das mal Black Screen bei mir? W- Black Screen. schlecht hier ist so viel mimi ich müsste mal echt ein bild machen dass ich dann reinschalte wenn sowas passiert mach mal das kann ich dir malen mach mal bitte rea ich will doch diese schilder kack ding machen hier kubel bitte die hat mir aber nicht gesagt wie es wenn geht hat sie mir auch nicht der übrigens gar nicht mit da mit sven sondern mit daniel geschrieben ja aber du warst ja ich will diese koppelstown machen mit der schüssel aber das geht nicht so der scheiß wo muss ich die schüssel hinpacken und viele stones mit reinpacken für was du musst rechtsklick machen mit dem schüssel ach so gay einfach so ist so schlimm das müssen die blöcke da reinlegen das muss er schauen kann mich hier so mit dem ding ab hallo erde hallo magnet richtig gut ich hoffe das funktioniert sagst du er will mein kopf nicht starten schlecht opfer jetzt mal jetzt habe ich es verstanden das prinzip mensch du flaschilein du flaschinator ich blitzen beenden mensch China ist vielleicht nicht blitz haha nein schnell er egal aber mein kopf und schnell klauen er weniger Da ist der Zentus, der kommt noch schnell dagegen. Hallo? Ich mein, der sieht gerade einen Hörner. Ich sehe keinen einen Hörner. Schade eigentlich. Noch nicht. Noch nicht. Nein, er bekommt ne Hunger. Alle Karten. Ja, nee. Zentus war's hungry. Ich hab immer Hunger. Vor allem. Na gut, das ist ja sowieso was anderes. Miau. So. Boah, mal eben kurz so. Der sieht da schön scheiße aus. Zum Glück mal wieder. Dauert ja noch ein bisschen. Ja. Ich komme mal wieder gleich. Jetzt gehört's. Nom 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 nom. Hat er auf die Fratzen-Camp eingegangen? Ja, hat er. Ja, glaub schon. Boah, am besten müsste ich in der Nähe wohnen. Hört das eigentlich? In sein Zimmer stimmen und einfach kreiseln lassen. Yay. Wuuu. Hey, warum ist das nicht? Dieses Video wurde gemeldet. Scheiße, warum? Das Video wurde ab 18 geflaggt. Fuck. Ich wach sie sich nur um. Seid echt so behindert, ne? Nein, wir sind Menschen. Ja. Nee, glaub ich nicht. Doch. Bin schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Yeah. Und? Bist du ein kleiner Behindert? Das ist ja nicht unser Problem. Yeah. Ja. Ich bin zu doll. Oh, ich muss niesen. Oh, ich muss niesen. Oh, 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 oh. Oh, ich muss niesen. ok eindeutig sind manche leute hier drin gestört das passiert nicht auf den bildschuhl guck wenn eine treppe hochläuft slapp ihn anders